50 Fragen mit dem Wort Wem Wem gehört dieses Buch? Wem möchtest du das Geschenk geben? Wem hast du die Nachricht geschickt? Wem vertraust du am meisten? Wem hast du diese Informationen gegeben? Wem möchtest du deine Geschichte erzählen? Wem gehört dieses Haus? Wem soll ich die Rechnung geben? Wem gehört dieses Auto? Wem würdest du in einer schwierigen Situation vertrauen? Wem hast du von deinem Geheimnis erzählt? Wem gehört dieser Hund? Wem soll ich meine Beschwerde mitteilen? Wem möchtest du einen Brief schreiben? Wem vertraust du dein Herz an? Wem gehört dieses Gemälde? Wem würdest du deine letzte Nachricht schreiben? Wem möchtest du deine Dankbarkeit zeigen? Wem gehört dieser Laptop? Wem soll ich meine Fragen stellen? Wem vertraust du deine größten Ängste an? Wem gehört dieses Land? Wem möchtest du deine Idee präsentieren? Wem soll ich diese Blumen schenken? Wem würdest du deine Sorgen an? Wem würdest du deine Sorgen anvertrauen? Wem gehört dieses Restaurant? Wem möchtest du deine Liebe stehen? Wem soll ich mein Feedback geben? Wem vertraust du deine Geheimnisse an? Wem gehört dieses Schmuckstück? Wem möchtest du deine Hilfe anbieten? Wem soll ich diese Datei weiterleiten? Wem würdest du dein Leben anvertrauen? Wem gehört dieses Telefon? Wem möchtest du deine Erfolge mitteilen? Wem soll ich diese Informationen weitergeben? Wir vertrauen dir deine wichtigsten Entscheidungen an? Wem gehört dieses Unternehmen? Wem möchtest du deine Wünsche mitteilen? Wem soll ich diese Nachricht weiterleiten? Wem würdest du deine Träume offenbaren? Wem gehört dieses Grundstück? Wem möchtest du deine Tränen zeigen? Wem soll ich meinen Plan erklären? Wem vertraust du deiner Zukunft an? Wem gehört dieses Kunstwerk? Wem möchtest du deine Freude teilen? Wem soll ich meine Probleme schildern? Wem würdest du deine Gedanken anvertrauen? Wem soll ich meine Probleme schildern?